Der Bewährungshelfer soll Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. Die Frucht ist einfach abgehauen! Warum setzen sie sich nicht erstmal? Ich fick die Schlampe, macht der Kinder. Der Mazocha. Denn auch unter der rauen Schale eines Horst Mazocha steckt irgendwo ein lärmbereiter Klient. Meine Kinder, die kommen zu mir. Bei dem sich die jahrelange Arbeit, Geduld und Mühe später einmal bezahlt machen. Darf ich vorstellen, Ihre Kinder. Es ist schon bitter. Die einen, die gerne Kinder hätten, kriegen keine. Ich bin unfruchtbar. Ich mach das schon, Vertrauen. Und andere, die welche kriegen, sollten manchmal besser keine haben. Ich hätte darauf bestehen müssen am Jugendamt, dass die Kinder nicht zu Mazocha kommen. Haben Sie eigentlich einen Abschluss oder sowas? Jo. Drei Jahre Ballermann. Flamenco, Stimmung, Sauerkraut. Haben Sie eigentlich jemals in Mazochas Akte geguckt? Hey, Schnucki. Einbruchdiebstahl, schwere Körperverletzung, Nötigung. Ausziehen. Hopp, 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 hopp. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie sollen hier... Hassen Sie mich! Ach, fick die, Alter. Ziviler Ungehorsam wird zur Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat. Stress du ab? Nee, das ist Gandhi. Lass mich mal machen. Haben Sie die Läste geholt? Nee. Hab ich... Hab ich nicht. Die Kiva, Homme, Chilé? Entschuldigung, was? No! Wo ist die Kohle? Das ist das Rad des Lebens. Eines geht, ein anderes kommt. Sack, Butter. Sack, ein Arschloch. Sag, dass ich geil bin. Sag, dass ich geil bin. Sie sind geil. Ah ja. Genau.